Seid gegrüßt. Möge die Natur euren Pfad leiden. Aus ihm erklingt eine vertraute Stimme. Malfurion, selbst im Mutterleib rangen wir miteinander. Dieser Zwist hat uns ein Leben lang begleitet. Die Lehren des Szenarios waren immer dein Pfad. Ich rief eine andere Bestimmung. Ich strebte nach Macht, nicht um zu herrschen. Sie war ein Mittel zum Zweck, um Azeroth vor einem unaufhaltbaren Feind zu retten. Du hast meinen Motiven nie getraut. Und ich schätze, ich habe dir das auch nie leicht gemacht. Doch nun, da sich mein Schicksal offenbart, möchte ich den Streit beilegen, der uns so lange entzweit hat. Nach der Legion werden andere diese Welt bedrohen. Ihr Schicksal würde ich niemand anderem als dir anvertrauen, Bruder. Du hast ein Leben lang dafür gekämpft, was Azeroth sein könnte. Für den Traum. Nun musst du für das Hier und Jetzt kämpfen. Pass auf Tyrande auf, hör auf ihren Rat. Sie war schon immer die Beste von uns. Der Weg wird lang sein. Erfülle ihn dabei immer mit Stolz den Namen Sturmgräu. Mein Bruder war selbstsüchtig. So vielen brachte er Leid. Seine Entscheidungen kann man nur schwer vergeben. Und doch gab es Zeiten, da wir Seite an Seite kämpften. Mit einem gemeinsamen Ziel. Daran denke ich gern zurück. Aber jetzt ist nicht die Zeit, der Vergangenheit nachzutrauern. Wir haben eine Welt zu heilen, Champion.